Naja, dann probieren wir es damit. Kevin, Respekt für den guten Schuss. Ja, das solltest du öfters sagen. Wollte ich gerade sagen, das ist ja eigentlich normalerweise bei dir nur so. Aber bei Markus war es auch ein Glückskesser, den ich getroffen habe. Aber es wird beider der gleiche Decke in den Hedgehog gekriegt. Das sollte irgendwie so sein, glaube ich. Ach, die Strecke, Markus, du hast sie echt in das Herz geschlossen, oder? Sorry. So, ich gehe mal dran vorbei. Ach, nee, Mann. Herzhaft. Naja, schon wieder bis abgeschlagen. Letzter. Ja. Keine Strecke, du hast sie auch geschlossen. Hä? Ja, ja. Das ist ja nett, so. Ja, versuch! Alter! Alter! Du könntest euch ja vorne mal ein bisschen weiter wegkommen, weil sonst kommen wir auch nicht mehr ran. Alter! Voll in das Spiel rein! Ich lasse ihn mal vorbei. Ich war gerade schneller, als dass der 5 Sporn kommt. Das heißt? Zu schnell. Hinter uns kommt Sven. Mhm. Ich war ganz hinten, da häng ich mich auch noch wieder ran an euch. Ich war ganz hinten, da häng ich mich auch noch wieder ran an euch. Weil ich bei dem Rennen jetzt mal, wenn es geht, aufholen anmache. Da werden die ersten ausgebremst, damit man wieder aufholen kann. Ja, besser so. Ja, bis vorhin dann wirklich so eine Kacke. Dann, ich weiß, dass der Trikot hat sich mit Absicht gemacht hat, aber ich weiß, dass du dann bist du eine Kacke da halt ganz nach hinten. Wieiii! Nee, alles gut. Oh, Alter, was macht ihr da? Ja. Du hättest lange gepinkelt. Es tut mir leid, das wollte ich kommen. Ja, ja. Ja. So wie du rübergezogen hast, genau, ich sehe sie nicht gerade im Ziel. Ja, das hat man schon mal den V1-Rennen gesehen, dass der Sven nur wegräumt kann. Aber das gewinnt er ja nicht. Ja, wenn seine Verzicherung das betreuen kann. Los Santos National Forces. Da kommt Kev Gaming. Einmal wieder im Windschatten und vorbei. Und nimmt dann nicht auch noch, weißt du, rechts 30 Kilometer breit Platz Kev. Nein, ich war links. Ja. Alter. Ich verriert mich gerade voll an Kacke. Schön, aber die Außenbahn vorbei. Sorry. Alles gut. Ich hatte ein bisschen Heck. Hast du? Ja. 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 Nein. Schau ab. Wat. Alter! Kommt das Sven noch von links, ey. Ist natürlich ein doppelter Windschatten. das kraft interessantes battle ja genau deswegen deswegen bin ich ja auch jedes mal weil er nur weg haben kann runter geflogen beim versuch nein ich wollte eigentlich nur an kevin vorbei ja ja aber du bist genau meine ich will bis genau rüber macht man weg gedreht bist du mit runtergerutscht so ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin über der kapitel punkt mehr auf markus hätte ich weitergefunden hätte ich voll weg gerammt oder hinter uns wenn haben sich wieder lieb das war jetzt rache wenn auch unnötig ja genauso wie deine zwei aktionen vorher bin schon das ist das probleme wird schon dass sie gar keine chance zu verteidigen ja es ist ja auch aufholen an der erste das wirst du automatisch eingedämmen o alter spannend in der region die kandidaten gehen jetzt in die letzte runde ich bin ganz hinten du kommst schon wieder an das war das die das war das die ja da wird weniger von dem speed jetzt bis zuletzt ja gut jetzt sind alle vorbei ich weiß keine dann hat den punkt vergessen glaube ich würde mich eigentlich das wenn muss irgendwo ein checkpoint verpasst haben dann aber sie müsste der herrmann gezeigt werden vielleicht voruntergefallen dass du da bist aber dann noch mal zuletzt noch drück gesetzt weil ich habe eigentlich riesborn gemacht und ich hätte alles erwischen müssen ja dann eigentlich so ein scheiß das war jetzt irgendwie sinnlos zwei mal von rico abgeräumt zwei mal von sven abgeräumt wie der unten vor dem china shop steht irgendwelche banden durch china nudeln genau der und jetzt jungen ja das fand ich gerade sie wird ja mit der sasselik an den punkt nicht gekriegt hat oder was ich könnte jetzt was sagen aber ich habe uns auch alles lieb